Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Wiener Bildungsservors. Sie fragen sich bestimmt manchmal, welche Bilder, Videos und Musik aus dem Internet Sie für Bildungsangebote nutzen dürfen. Ist es in Ordnung, das erstbeste Bild aus einer Suchmaschine auszudrucken und aufzuhängen? Genau damit beschäftigen wir uns in diesem Video. Rechtliche Themen wie das Urheberrecht sind immer etwas kompliziert, doch es gibt ein paar einfache Grundregeln, die man beachten kann, um auf der sicheren Seite zu sein. Jedes Werk, das man zum Beispiel im Internet findet, hat einen Urheber oder eine Urheberin, also eine Person, die dieses Bild oder Musikstück erfunden und gestaltet hat. Der Urheber, die Urheberin, dürfen mit ihrem erstellten Werk beinahe alles machen, was er oder sie wollen. Und sie dürfen auch bestimmen, was andere damit machen dürfen. Diese Bestimmungen werden Lizenzen genannt. Jedes Werk ist als urheberrechtlich geschützt und darf nur mit Einschränkungen genutzt werden. Marianne beschäftigt sich auch gerade mit der Frage, welche Bilder sie für ihre Bildungsarbeit nutzen darf. Sie möchte einen Aushang für die Eltern gestalten. Zusätzlich zu den Fotos der Kinder hat sie bis jetzt einfach gegoogelt und Bilder rausgesucht und ausgedruckt. Vor kurzem hat sie jedoch gehört, dass das eigentlich verboten ist. Und jetzt will sie andere Wege finden, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Gerade ist das Thema Wien sehr aktuell. Es werden also Ausflüge gemacht und sie möchte gern eine Wand mit Informationen und Fotos gestalten. Ihre erste Idee ist es, eigene Fotos zu erstellen. Denn wenn sie selbst Fotos macht, ist sie die Urheberin und darf bestimmen, wo sie die Fotos aufhängen möchte oder veröffentlicht. Sie fotografiert also die Kinder bei den Ausflügen und versucht ein bisschen mehr als sonst, auch Sehenswürdigkeiten und die Umgebung zu fotografieren. Das gelingt ihr eigentlich sehr gut, doch als sie dann Sehenswürdigkeiten fotografieren möchte, nimmt das doch sehr viel Zeit in Anspruch. Und neben den Kindern ist das auch sehr schlecht möglich. Später sortiert Marianne die Fotos aus. Einige Bilder gefallen ihr sehr gut. Die verschwommenen werden gleich weggegeben und die restlichen werden mit den Kindern gemeinsam betrachtet. Bei den Fotos, auf denen Kinder abgebildet sind, fragt Marianne nach, ob es für sie in Ordnung ist, wenn diese aufgehängt werden. Denn die Kinder haben das Recht am eigenen Bild. Ohne ihre Zustimmung wird Marianne die Bilder nicht weiter verbreiten. Als nächstes durchforstet sie die Einwilligungen der Eltern. Die Wandtafel, die sie gestalten möchte, hängt am Gang. Und vielleicht möchte sie die Fotos auch beim Sommerfest herzeigen. Dadurch muss sie vorab klären, welche Eltern einer Veröffentlichung zugestimmt haben. Sowohl das Aufhängen am Gang als auch das Herzeigen der Fotos beim Sommerfest werden rechtlich als Veröffentlichung gesehen. Wie bei einem Post auf Facebook. Leider fehlen Marianne noch ein paar Fotos. Leider fehlen Marianne noch ein paar Fotos für die Wandtafel. Vor allem Bilder von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Wien. Da für diese leider wenig Zeit am Ausflug war. Sie überlegt, ob sie noch einmal alleine die Orte des Ausflugs besuchen soll. Dann hätte sie mehr Zeit Fotos zu machen. Aber das würde wiederum viel ihrer Zeit kosten. Daher recherchiert sie mal im Internet, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, vorhandene Bilder zu nutzen. Sie findet viele Informationen zu Ausnahmeregelungen für urheberrechtlich geschützte Werke, wie Bilder, Videos und Lieder. Sie könnte urheberrechtlich geschützte Bilder für private Zwecke nutzen oder auch nur einen Teil des Textes zitieren, wenn sie angibt, woher der Text kommt. Außerdem findet Marianne interessante Infos für den Unterricht. Zu Unterrichtszwecken dürfen urheberrechtlich geschützte Werke genutzt werden. Man darf zwar keine ganzen Romane kopieren, aber eine Seite aus dem Lieblingsbuch schon. Nur Schulbücher oder andere Unterlagen, welche für den Unterrichtsgebrauch gemacht wurden, dürfen nicht kopiert werden. Marianne freut sich sehr, bis sie die Info findet, dass die Bildungsarbeit im Kindergarten und Hort rein rechtlich nicht als Unterricht gesehen wird und die Situation hier eher unklar ist. Aber noch gibt Marianne nicht auf. An manchen Stellen liest sie von gemeinfreien Werken und Creative Common Lizenzen. Doch was ist das? Freie Inhalte können Bilder, Videos, Musik und Texte sein, die je nach Lizenz kostenlos verwendet, bearbeitet und veröffentlicht werden dürfen. Um diese zu kennzeichnen, werden oft Creative Commons Lizenzen genutzt. Marianne freut sich, dass sich bereits andere Menschen darüber Gedanken gemacht haben. Urheber und Urheberinnen, die ihre Werke unter einer Creative Commons Lizenz stellen, geben verschiedene Rechte an die Nutzerinnen ab. Das heißt, Marianne kann ihr Foto vom Stephansdom als freies Foto veröffentlichen oder sie kann unter der Creative Commons Lizenz verschiedene Einschränkungen nutzbar machen. Zum Beispiel, dass Nutzer und Nutzerinnen ihren Namen dazuschreiben müssen, sie nur unter gleichen Bedingungen veröffentlichen dürfen, die Werke nicht verändern dürfen oder sie nicht verkaufen. Mehr Infos findet Marianne, aber auch sie unter www.creativecommons.org. Für ihre Wandtafel, die Webseite des Kindergartens oder auch das Sommerfest darf sie alle freien Werke unter den genannten Bedingungen nutzen. Es gibt verschiedene Webseiten, wie zum Beispiel Pixabay, Wikimedia und das Free Media Archive, wo freie Inhalte gesammelt zu finden sind. Nun findet Marianne auch Lieder, welche sie ohne Bedenken beim Sommerfest abspielen darf. Marianne ist damit rechtlich gesehen auf der sicheren Seite.